Yo, yo ihr frücktenbiester, wir haben ein neues Pixiebeast und es wird wirklich Zeit, dass wir ihn mal vorstellen. Sein Name ist Jungermann und das Bauwerk, was im folgenden kommt, ist sein Trial-Projekt, was er bei uns eingereicht hat. Das Thema, zu dem dieses Bauwerk hier entstanden ist, war Spektrum der Farben, wie man eigentlich auch erkennt. Ich persönlich finde, Jungermann hat das Ganze wundervoll umgesetzt und ist deswegen ein verdientes neues Teammitglied. Wenn ihr das auch so seht, dann heißt ihn mal in den Kommentaren willkommen und jetzt viel Spaß mit dem Bauwerk. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wie auch sonst immer, sollten alle, die bis jetzt geschaut haben, auf jeden Fall mal in die Kommentare willkommen bei den Pixiebeastern, jungermann schreiben. Nicht zuletzt, weil dieses Video auch mit einer Verspätung kommt, weil Jungermann ist eigentlich schon länger im Team. Deswegen begrüßt ihn auf jeden Fall mal bei uns im Team. Links oben könnt ihr uns abonnieren, rechts ist ein anderes Video. Haut rein und cheerio. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020